Danke schön. Europäische Gesetze müssen auch europäisch kontrolliert werden, beziehungsweise nach europäischen Grundlagen kontrolliert werden. Und Kontrollen, meine Damen und Herren, müssen transparent und auch verlässlich sein, damit sich die Produzenten, die verarbeitende und die weiterverarbeitende Wirtschaft, also auch die Verbraucher, darauf verlassen können, dass Lebens- und Futtermittel unseren europäischen Standards entsprechen und dass sie gesund sind. Unnötige Doppelkontrollen müssen genauso vermieden werden wie eine überbordende Bürokratie und überzogene Kosten. Das umfangreiche System der Cross-Compliance-Kontrollen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik muss anerkannt werden und es darf keiner zusätzlichen Kostenpflicht oder gar zusätzlicher Kontrollen durch die Lebensmittelkontrollbehörde unterliegen. Und letztendlich die Finanzierung der Regelkontrollen durch Kostenerhebungen, sie widerspricht grundsätzlich dem Verursacherprinzip. Wenn dann noch die Häufigkeit der Kontrollen und die Höhe der Gebühren von der Kontrollbehörde selbst festgelegt werden darf, dann, Herr Kommissar, laufen wir Gefahr, dass willkürlich kontrolliert wird. Einfach nur der Kontrolle wegen und um Einnahmen zu erwirtschaften. Und das darf nicht sein. Frau Klaas, die Wort ist an Herr Pikula. Frau Klaas, die sind.